Ach, hier ist irgendwas. Tresor. Ah, hier ist ein Tresor. Okay, um den Tresor zu öffnen, brauche ich anscheinend irgendwas zum öffnen. Ich würde sehr gerne den Tresor öffnen. Oktober der 11. weiterhin. Die Frage ist, ob das stimmt. Übersetzen. Bestimmt der Tresorschlüssel. Hey Doc, ich habe die Schlüssel in den Safe gefunden. Du musst echt vorsichtiger sein. Ich habe die Schlüssel in den Sperr.